Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Techtonica. Du wachst mit Gedächtnisverlust in einer geheimnisvollen Einrichtung auf. Gehe raus und baue eine weitläufige Fabrik auf, um die Maschinen und Werkzeuge zu produzieren, die du zum Erkunden dieser Fremdenwelt brauchst. Oh mein Gott. Exit this facility and report to production terminal Lima. Ah, hier kann man sich so ein bisschen was angucken, oder so. Also wir sind hier in dieser Kryokammer aufgewacht. Aha, okay. Melden Sie sich beim Arzt wegen, äh, keine Ahnung. Ah, hier kann man diese Polleiste ein- und ausblenden. In M haben wir eine Karte. Oh, die ist ja dreidimensional. Schön. Aha, okay. Muss man erstmal noch lernen, ne? P. Ah, da kann man direkt auf Strom zugreifen. Tab. Das ist das Inventar und Baupläne. J. Äh, keine Ahnung. Tagebuch, okay. L. Äh, noch mehr Tagebücher? Ne, keine Ahnung. Verlauf. B. Datenbank, okay. Okay, okay, dann würde ich sagen. Gehe ich mal weiter. Habe ich eine Taschenlampe? F. Öh, ne. Lash-Modus. Was ist denn hier Licht? Einen Moment. Einstellung. Eingabe. Gameplay. Steuerung. Ah, die haben hier so extra. Ah, oha. Ich sehe aber nichts. Pause, drehen, Integration, bewegen, löschen. Springen. Modus, Übertragung, Sprinten. Alternativ, Alternativ-Modus. Aha, okay. Naja, dann. Ähm, gehen wir mal weiter. Ich würde gerne die Taschenlampe ausmachen. Man hat irgendwie immer Taschenlampe an. Aha, okay. Das nehmen wir mal alles mit. Kann man alles nehmen? Stapel nehmen, Hälfte nehmen. Alles übertragen. Stapel übertragen. Alles übertragen. Shift und rechten Mausklick. Hä? Nee. Hälfte. Alles übertragen. Control. Ach, alles nehmen. Da. Leertaste. Alles klar. Okay, Anlage verlassen. Okay, das nehmen wir mal mit. Aha. Dann kann man, muss man. Ah, so. Okay. Ist das so ein Voxel-Game, ne? Da kann man dann alles wegvoxeln. Also was voxelig ist. So wie der Boden und so. Aber ich glaube hier, genau. Ins Gebäude kann man nicht reinhämmern. Ich hämmer mal hier den ganzen Boden weg. Damit man es auch schön hat. Soll ja auch ordentlich aussehen. Da kommt die Treppe zum Vorschein. Ja okay, da darf man dann nicht draufhämmern. Aber man muss gucken genau, ne? Wo man hinhämmert. Das ist dann so miteinander verwoben, sag ich mal. Guck mal, hier ist jetzt zum Beispiel Feierabend. Das Schlimme an Voxel ist halt einfach, man hat immer so eine Matsch-Textur, ne? Das Gute ist an Voxel, man kann die halt bearbeiten einfach. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier mitmachen muss. So viel abholzen. Also ich bin jetzt raus, sagt er. Hallo? Ja? Aha, aha, aha. Okay, dann gucken wir uns das gleich mal an. Warte mal, aber ich will hier den Boden noch so ein bisschen, das hier noch ein bisschen wegkloppen. Ich weiß nicht warum. Ich will hier, dass es ordentlich ist. Da passt doch, da passt doch kaum jemand durch. Da schlöst man sich doch den Kopf. Arbeitssicherheit. Wir leben in Deutschland. Arbeitssicherheit steht immer an erster Stelle. Ist es zu schwer, müssen zehn Mann her. Ist es zu klein, machst es allein. Aha, okay. Also man könnte wahrscheinlich dann hier wirklich alles wegwoxeln. Tatsächlich, dann kannst du hier einfach alles wegkloppen. Ganz entspannt. Oder auch nicht. Ja, okay, alles geht wirklich nicht. Aber die Treppe ist ja frei hier. Hier ist noch ein bisschen. Ja, das wollen wir ja auch nicht haben. Was macht der Kram hier in der Bude? Okay, da ist noch ein Steinchen. Und da ist noch ein Steinchen in der Wand. Also der hier ist auch echt. Wir waren schon lange Zeit, keiner mehr, ne? Ja, egal. So. Aha. Ich gehe mal hier ganz normal runter, wie sich das gehört, ne? Das sieht schön aus, irgendwie. So die Farben sind schön, finde ich. Kann man auch schnell, ja, man kann auch schnell gehen, okay. Das kann man alles irgendwie sammeln. Scanner benötigt. Oh, aber die Steine kann man zerballern, okay. Kann man das auch einfach so weg. Sammelt er das denn jetzt? Ja, tatsächlich. Also man muss das jetzt nicht sammeln. Man kann das auch einfach zerkloppen. Also man kann auch mit E sammeln hier. Aber man kann das auch einfach wegballern und man sammelt trotzdem. Zyndreben... 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 Was ist das denn für ein Name? Zyndrebensamen. Das geht nicht weg. Okay. Wir sollen aber hier hin. Interagieren. Reparaturmaterialien benötigt. 15 Eisenerz und 15 Kupfererz. Okay. Haben wir nicht. Okay. Ein Erzförderer. Hier ist Logistikbau, Zwischenprodukte, Ausrüstung. Das sind Baupläne. Dann könnte ich mir hier auch jetzt noch eine neue Hacke, Standardpickel bauen. So, wir sollen jetzt versorge und repariere das Produktionsterminil mit 15 Eisenerz und 15 Kupfererz. Dafür brauchen wir einen Erzförderer. Und den müssen wir dann halt bei Erz und Eisen... Hier ist irgendwas. Was ist das? Das wird wohl Eisen sein hier. Tatsächlich. Ah, das kann man auch... Ah, man kann das auch jetzt einfach so schnell wegkloppen. 15 Stück. Das ist ja nichts, ne? Das heißt, 15 mal hauen. Ja, ja. Das machen wir auch. Wir schonen auch unsere Schultern. Aber für 15 Apparatendinger hier... Jetzt habe ich schon 15 Stücke. Da baue ich jetzt keinen Erzförderer auf. Klar, die brauchen wir eh gleich, ne? Aber guck mal, ich habe die so schnell jetzt zusammengezimmert. Das Wasser sieht auch lustig aus, ne? Als wenn da irgendwie was drinnen schwimmt. Ich glaube, wir müssen sprechen. Mining ist eine noble Profession. Mein Großvater wäre stolz von dir. Auch wenn er einen Mining-Drill hatte, hätte er niemals wieder einen Pick gespürt. Was ist das denn? Alles klar, so machen wir das auch. Aber ich möchte jetzt wissen, was ist das denn hier? So, alles nehmen. Ah, eine Leertaste. Das geht wirklich. Okay, und was ist das hier? Ist das ein Schloss oder was soll das hier sein? Warum liegt das da so, dieses grüne Ding? Okay, da ist noch so ein grünes Ding. Was ist das? Das glänzt auch irgendwie. Oh, guck mal hier, was ist das denn? Hier hat jemand gepennt. Aha. Oh. Das hat geleckt. Ah, hier ist gar nichts. Also es ist hier einfach hinter. Hier ist einfach so eine Matratze. Hier pennen die Leute. Wer ist denn hier gewesen? Was ist das? Sind das Lampen? Oder sind das Aufnahmegeräte? Oder was soll das sein? Haben wir hier sowas auch noch? Nö. Ja, okay. Ich soll jetzt da hier auf jeden Fall das Erz reintun. 15 Eisenerz und 15 Kupfererz. Habe ich gemacht. Und jetzt? Ah, ich muss trotzdem den Erzförderer platzieren. Oder muss ich jetzt noch irgendwas drücken? Ach, da oben. Uh. Ein Tier unlockt. Wir haben ein Tier angelockt. Upgrade. Upgrade Terminal. Schön. Also ich muss jetzt einen Scanner auch noch bauen. Aber ich soll jetzt auf jeden Fall diese Erzförderer machen und dann soll ich scannen. Aber wie kann man überhaupt scannen, wenn man so einen Scanner hat? Was ist denn Tee? Ah, ein Technologiebaum. Aha, aha, aha. Ne, das interessiert mich jetzt nicht. Oha, jetzt habe ich da reingeguckt. Jetzt will er auch noch, dass ich sieben Forschung scanne. In lila baue. Okay, ne, ich wollte jetzt... So, Ausrüstung. Da, ein Scanner. Ah. Einfach raufklicken hat er eigentlich gemacht. Oh. Was ist denn das Kleine hier? Äh, hä? Was war das? Schneller Greifarm. Ich scanne hier alles weg. Was macht er denn damit? Ah, er scannt Fragmente. Und dann scannt abgeschlossen Schmelztechnologie jetzt im Technologiebaum verfügbar. Neuer Datenbankeintrag. Pflanzen kann man auch scannen. Kriechende Hydra. Also man kann auch die Pflanzen scannen. Warum denn überhaupt? Verstehe ich jetzt, ne? Was scannt er denn da alles? Also warum? Ist das einfach nur so ein Datenbankeintrag dann, ne? Ah, die verschwinden auch. Was mit der Lampe hier? Hm? Okay, Leuchtstab. Okay. Ich soll T drücken. Ah, okay. Hier sind diese... Das ist der Forschungskern. 380 Nanomillimeter. Oder was soll das heißen? Und dafür braucht man dann den Blödsinn da an der Seite. Oder was? Schaltet... Ach, ne. Der schaltet frei. Aha, okay. Und dafür braucht man acht von diesen hier, ne? Oder was soll das sein da? Hier steht da so eine Acht mit so einem lilanen Ball. Ich denke mal, das ist das, ne? Ne, eine Echolotkarte ist das, okay. Also das A nach oben geht's dann, okay. Und dafür soll ich dann jetzt erst mal Synthese, Terraforming, ah, Synthese, Logistik, Transport, Wissenschaft. Den habe ich erforscht. Und dann... Dadurch ist dann der Weg nach da freigeschaltet worden. Ah, okay. Und jetzt brauchen wir diese Forschungskerne. Okay, alles klar. Dann gehe ich jetzt noch... Ach, ne. Da habe ich schon alle Maschinen weggemacht. Dann würde ich sagen, platzieren wir jetzt diese Erzförderer. Erzförderer. Ich habe aber keinen, ne? Ah, okay. Das ist eine Produktion. Erzförderer. Der... Ach, jetzt muss er den herstellen. Okay, dann stellen wir mal zwei Stück her. Links und... Also für Kupfer und für Eisenerz. Das macht er jetzt einfach so. Ah, ich kann auch einfach weiterspielen. Er baut das dann einfach so in meiner Tasche. Ach, guck mal. Hier sind schon so eine Kerne. Kann ich die scannen? Die Funktionuckeln schon für mich, oder was? Aha. Dann nehmen wir mal alles mit, was hier rumsteht. Vielleicht brauchen wir das ja noch später. Aber hier geht es auch noch ein bisschen weiter. Aha, okay. Was ist das denn? Aha. Mhm, mhm. Tja, das gilt es herauszufinden, ne? Was die hier gemacht haben. Ist auf jeden Fall ganz schön hier höhlich. Und hier sind halt diese Kerne. Ach so, habe ich ja schon. Und damit kann man aber auch nichts machen, ne? Könnte ich die abreißen? Nee. Okay, also die stehen hier erstmal irgendwie. So Forschungskerne. Ich weiß, weiß ich warum. Ah, okay. Ich hatte ja zwei so eine Dinger hergestellt. Also gehen wir jetzt auch mal... Nein, ich will immer Q drücken. Nee, 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 nee. Wo ist denn jetzt das... Ah, da. Nee. Ah, okay. Hier auf der 4. Aha. Okay. Nee. Oh. Nee, wie dreht man das denn? Drehen. Ach, auf R. Ah, okay. Dann würde ich sagen... Setzen wir den erstmal hier in die Ecke. Ja, der kann auch noch da, ne? Dann könnten wir so machen. Ist denn... Wie muss der denn... Wie dicht muss der denn ran? So? Oder reicht das schon so? Nee, so, ne? Dann kann der andere hier stehen. Nee, den musst du... Aha, okay. Aha, okay. Er braucht also Pflanzentreibstoff. Damit macht er Erz. Wie viel Erz produziert er denn? Steht hier gar nicht, ne? Oha. Er ist voll am... Ah, oh yeah. Nicht schlecht. Sieht cool aus. Ähm... Okay. Drei Erzförderer soll ich platzieren. Ja, okay. Dann würde ich sagen, Eisen ist wahrscheinlich wichtiger als... So. Ach, guck mal. Das eine ist ein Ausgang und das andere ist... Nee, das ist Ausgang und Eingang gleichzeitig. Und der andere da? Ist auch Ausgang und Eingang gleichzeitig. Aber das wird, glaube ich, nichts. Das ist, glaube ich, zu eng, ne? Und dann platziere ich die lieber so. Oder nee, ich lasse die Ecke frei. Und dann platziere ich das hier. Und dann gehe ich mal nochmal da rüber. Ah, ich habe gar keine Erzförderer mehr. Jetzt muss ich welche bauen, ne? Hier so einen, zack. Und wenn er den gleich gebaut hat, dann kann ich den auch platzieren, ne? Jawohl. Kupfer ist auch nicht so viel, ne? Das ist immer so. Okay, dann bauen wir den hier hin. Und der braucht jetzt auch noch Pflanzentreibstoff. Achso, ich muss jetzt ganz viel Pflanzentreibstoff sammeln. Okay, dann sammle ich mir mal hier einen ganz einen wilden ab. Kann man gedrückt halten? Nein, man muss wirklich jedes Mal tippen. Okay, dann grase ich hier erst mal wie so eine wilde Kuh hier alles ab. Weiß gar nicht, wie viel das so bringt. Ah, das bringt aber ordentlich, ne? Bin ja jetzt schon bei über 500. Kann man das auch sammeln? Den Pflanzen ist irgendwas besonders, ne? Das ist irgendwie so eine, wie hieß die? Hydra? Irgendwie so. Sammeln, 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 bis wir alles haben. Oder besser gesagt, ich sammle und sammle und sammle, bis ich vergammle. So lange brauche ich. Nein, guck mal, wir sind jetzt schon bei 1000. Genau, so dann können wir jetzt hier die Hälfte da rein machen. Wie war das? Ah, guck mal, ne, er hat sogar 500er Stacks. Okay, dann kann ich hier auch nochmal das auffüllen. Super. Also man muss das anklicken und dann hat er das sofort angeheftet. Und dann kann man das einfach rüberziehen. Ja, jedes Spiel hat so seine andere Steuerungsfeinheiten, sag ich mal. Dann haben wir hier noch ein bisschen. Ach, ich vergesse es immer anklicken und rüberziehen. Okay. Haben wir gemacht. Und jetzt müssen wir Eisenbarren herstellen. Oh, guck mal, ich habe schon 6 Stück. Die packen wir da einfach mal rein. 20 brauche ich aber. Okay, was? Baue und platziere 7 Forschungskerne. Ich will ja mal Q drücken. Da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist das richtig? Ja, er produziert. Okay, er ist es auch nochmal ausgewählt. Jetzt habe ich 7 Stück, ja. Warum nimmt er das denn nicht? Ah, auf 5 ist das. 5. Kann ich die übereinander bauen? Ja, kann man übereinander bauen. Okay. 1. 2. 3. 4. 4. 6. 7. Aha, okay. Okay, also man wählt. Also auch wenn ich jetzt was. Wenn ich jetzt Q drücke, dann macht er ja immer die Symbolleiste. Ein-, Anzeigen- und Ausblenden. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Scanner drücke. Und ich habe den Scanner in der Hand und ich will ihn nicht mehr. Und drücke wieder die 2. Dann verschwindet das. Mhm, okay. Okay. Also man muss einfach immer Q drücken. Okay. So, jetzt sollen wir in den Technologiebaum. Ah, komm mal hier. Schmelzofen. Halten und aktivieren. Okay, habe ich gemacht. Hier, was geht hier? Hier geht noch gar nichts. Der ist aktiv. Das haben wir. Und hier geht auch noch nichts. Das ist dicht. Okay, dann bleiben wir jetzt mal hier. Bei so einer These. Dann habe ich jetzt einen Schmelzofen gebaut. Äh, erforscht. Proceed with construction of smelter. Ah, guck mal. Ich gucke hier auf dem Fußball und da steht so Moos. Aschehalm. Aschehalm. Flussstein. Ist ja krass. Und wenn ich auf Wasser gucke. Erde. Wasser ist aber keine Erde. Das stimmt so nicht. Kann man auch sowas angucken. Hier. Kupferader. Ja. Und dann hier. Kriechende Hydra. Ja, ja. Also. Er erkennt das dann schon, was man anguckt. Und zeigt einem an, was das ist unten links in der Ecke. Ach so, ja, ja. Klar, warte. Schmelzen da, ne? Ja, genau. Dann brauchen wir jetzt. Eins, zwei, drei. Oh. Ich habe jetzt ja hier, ähm. Wenn ich dann die Lampen scanne, dann. Ah, okay. Ich sammle den Leustab auch ein. Dann. Und kann den dann neu platzieren. Okay. Dann kann man hier die ganzen schäbigen Dinger wegmachen. Ja, der steht ja gerade, ne? Und dann könnte ich ja jetzt selber hier auch welche platzieren, einfach, ne? So, hier so. Und. Hier so. Den nehmen wir nochmal weg. Und dann platzieren wir den nochmal neu. Hier so schön auf der Ecke. Ja, also cool. Dann kann man zum Beispiel so schäbige Sachen, die so schief und quer durch die Gegend rumfliegen. Die kann man dann einfach nehmen. Und, ähm, wieder dann aufstellen. So wie diese Leuchtstäbe. Ja, okay. Alles klar. Weiß man Bescheid, ne? So, ich hab jetzt diese Schmelzöfen gebaut. Die hab ich jetzt hier auf der 6. Aha, okay. Und das sind wieder die Ein- und Ausgänge hier, ne? Die beiden. Also müsste der ja eigentlich direkt gegenüberstehen. Aber wahrscheinlich nicht zu dicht. Ich stelle den mal hier hin. Task inbound. Smelter. Mhm. Supply with or to produce ingots. Ja, ja. Der braucht jetzt auch noch, ähm, Treibstoff. So, ich hoffe, der Abstand ist groß genug zwischen denen. Okay, die brauchen jetzt noch Treibstoff. Dann muss ich wieder Pflanzen sammeln, ne? Sag, hey, wir sammeln hier alles weg. So, Leute. Das war's. Techtonica im Early Assess. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wem's gefallen hat, der lässt ein Like da. Ich sag, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.